Vor wenigen Tagen war ein sehr schöner Bericht im Harvard Business Manager zu meinem Wirken. Unter anderem bin ich Mastertrainer für die Biostrukturanalyse und kümmere mich seit vielen Jahren um die verschiedenen Persönlichkeitsprofile von Menschen, die halt im Volksmund gesagt, dass unterschiedliche Ticken eines Menschen ausmachen, seine Stärken deutlich machen, was im Tagesgeschehen viel zu wenig genutzt wird. Meinen Büchern, Du bist der Regisseur Deines Lebens und Du und Deine Partnerschaften ist beides ebenfalls wiederzufinden, was in diesem sehr schönen Bericht angerissen wird. Im Privaten wird Dir das Wissen um die verschiedenen Persönlichkeitsprofile helfen, Deine Partnerschaft deutlich zu verbessern. Du wirst Richtung Dream Teams auf der beruflichen Seite kommen, wenn Du die Menschen lesen kannst, wenn Du die richtigen Teams beruflich zusammenstellst, was immer mehr Großkonzerne verstehen, denn die Mitarbeiter auf ihre Stärken hin einzusetzen, heißt automatisch bessere Ergebnisse zu erzielen und weniger Fluktuationen, somit deutlich weniger Kosten im Business-Bereich entstehen zu lassen. Im Privaten haben wir gerade die letzten Wochen zu diesem Wissen, im Erziehungsbereich, gerade auch in der häufig relativ schweren pubertären Zeit, dieses Wissen genutzt, um das Verhältnis zwischen Eltern und Kind besser hinzubekommen und natürlich auch in der privaten Partnerschaft. Du und Deine Partnerschaften wird Dir helfen, privat alles in die besseren Wege zu bekommen und im beruflichen Bereich wird Dir dieses Wissen, wie die Menschen ticken, wie die unterschiedlichen Persönlichkeitsprofile helfen, schneller und besser Richtung größeren Erfolg zu kommen und vor allen Dingen mit harmonischen Teams erfolgreich zu arbeiten. Viel Erfolg! Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF, 2020